Hallo Leute, hier ist wieder Pummelov und wir spielen wieder Pokémon Let's Go Pikachu. Diesmal werden wir den Pokémon Turm erkennen. Wir haben jetzt das Silph Scope, mit dem können wir die Geister als Pokémon entlarven. So, hier waren wir ja schon. Wir müssen jetzt eins höher. So ein Apollo ist ganz schön groß. Und ein paar Trainer gibt es hier auch. Ja, Glutex ist glaube ich auch noch am Anfang, aber es ist das erste Pokémon, aber können wir eigentlich auch erstmal so lassen. So, hier sind wir ja schon. Das war's für heute. Und wieder einmal Statusprobleme heilen. Ja, ich glaube, wir müssen danach mal in den Supermarkt, wenn wir hier fertig sind, und wieder ein paar Sachen einkaufen. Also, ich glaube, wir müssen jetzt mehr die Schuss- und Ange-Benz zu zeigen. Es ist ein Schuss, aber es ist so schön. Wir brauchen einen Schuss- und Ange-Benz zu zeigen. Oh, das ist so irgendwie zum Kotzen. Wir haben ja zum Glück noch einen Hyperheiler, glaube ich. Und auch einen Mamoria-Kräcker. Das hier? Ja, das kann man auch nehmen, Yantara-Sable. Ach, da oben ist ja auch noch einer. Ne, den Hyper-Ball wollen wir davon nicht verschwinden. Mit normalen Poké-Ballen müsste es eigentlich auch klappen. Hm, ich hoffe, dass wir damit treffen, nicht so. Jetzt aber. Ja. Genau. So. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Aber weg weg weg. Jetzt kommen wir trotzdem vorbei. So, wir wechseln mal. Welches Level hat das? 25, okay. Ich hatte jetzt 35 gelesen. So, wir sehen uns wieder. Untertitelung im Auftrag des ZDF So, da ist das Heilfeld. Die Pummel scheint sich wieder beruhigt zu haben. Das ist das Heilfeld. 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 So, gehen wir nochmal kurz aufs Heilfeld. Das ist das 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 Heilfeld. 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 Die da oben hatten wir schon, oder? Ja, die hatten wir. Ganz schön viele Trainer im Pokémon-Torn! Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das hier bleibt aber auch mein Igelsamen für weg. Ah, der ist noch ein Pokéball. Das ist noch ein Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020